Lasst uns gemeinsam beten. Dies ist mein heiliger Augenblick der Befreiung. Dies ist der heilige Augenblick der Liebe. Dies ist der heilige Augenblick des Friedens. So will ich nur den Weg der Liebe und des Friedens gehen. Und die Liebe aus meinem göttlichen Gewahrsein heraus entscheiden lassen. Gott, unser Vater, spricht mir immer nur von der Liebe durch mein Herz. Seine liebevollen Worte öffnen meinen heiligen Geist für die Ewigkeit. Und so kehren wir ein in den Himmel, gemeinsam, Hand in Hand, in Heiligkeit, Seligkeit, in allumfassender Liebe, im Licht der Wahrheit. Dies ist mein heiliger Augenblick der Befreiung und der Erlösung. Jetzt, in mir ist das gesamte Universum, der vollkommene Frieden und das ewige Leben. mir ist Gottes Gerechtigkeit gegeben. Das ist sein Wille. Und sein Wille ist auch der meine. Das ist alles. Der Himmel in mir jubiliert. Gott sei Dank. Amen. Dies ist mein heiliger Augenblick der Befreiung. Dies ist mein Heiliger. Dies, mein heiliger Aber das war nicht besch宮.